Ich habe das Studium begonnen 2003, als die Bauwirtschaft eigentlich im Keller war. Man hat mir sehr davon abgeraten, ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist ein sehr interessantes Studiengang. Ich bin darauf gekommen, weil ich eigentlich Architektur studieren wollte, mir das dann durchgelesen habe, was Architektur eigentlich ist und mir der künstlerische Teil bei der Architektur zu groß ist. Ich wollte viel mehr was mit Rechnen zu tun haben. Meine Zukunft sehe ich im Ausland. Ich möchte nicht in Deutschland arbeiten. Die Infrastrukturmaßnahmen, die im Ausland ergriffen werden, sind sehr groß und ich sehe meine Stelle eigentlich auch da. Die Ecke des Auslands ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich interessiere mich vielleicht für den australischen Markt, für den skandinavischen Markt, aber auch Arabien finde ich sehr interessant.